Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorab möchte ich mich wieder ganz herzlich bedanken für eure ganzen Inspirationsanregungen bezüglich meines neuen Manga-Zimmers. Das hat mir sehr geholfen, vor allen Dingen waren super viele von dem neuen Zuhör begeistert, was mich sehr freut. Und das hat mir so ein bisschen die Trauer um meinen Kellerraum genommen und vielen Dank dafür. Und jetzt habe ich gedacht, das wollte ich ursprünglich sowieso machen. Da wusste ich noch gar nichts von meinem Glück, dass das Wasser in meinem Manga-Zimmer hochkommt. Aber ich wollte unbedingt ein Manga-Sammlungs-Update machen, denn ich wollte euch einmal zeigen, welche Reihen ich 2023 abgeschlossen habe, inklusive Einzelbände. Weil die sind ja auch so gesehen abgeschlossen. Und das wollte ich so drehen wie meine Manga-Sammlung, nur halt, dass es nicht so viel Masse ist und ich alles in einem Video packen kann. Deswegen hoffe ich, ihr habt Bock darauf und dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Manga-Sammlungs-Update. Wir starten mit den Einzelbänden, die ich 2023 angefangen habe. Und hier macht den Anfang, wie die Götter es wollen. Den habe ich ja noch relativ neu in meiner Sammlung. Den hatte ich in meinem Adventskalender, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und hier muss ich sagen, fand ich die einzelnen Geschichten wirklich sehr, sehr gut. Hier geht es um verschiedene Götter, die so ein bisschen wütend sind auf die Menschen, weil es keine Feste mehr für diese Götter gibt. Beziehungsweise die Menschen halten keine Feste mehr zu Ehren der Götter ab. Deswegen laden sich die Götter so gesehen selber zu den verschiedensten Festen ein. Sowas wie Schulfeste, Silvester, Weihnachten. Und dort suchen sie sich meistens einen Menschen raus, dem sie eine besondere Gabe verleihen. Und dieses kann sein, du kannst das Gefühl deines Gegenübers einfrieren oder du kannst die Gefühle deines Gegenübers sichtbar machen. Oder du bist in einer Zeitschleife gefangen, bis du ein schlimmes Ereignis verhinderst. Und das sind ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Geschichten. Denn meistens ist das Ende doch ziemlich bitter und es ist einfach sehr, sehr, sehr gut und sehr unerwartet. Und ich kann den Einzelband auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann geht es weiter mit dem Einzelband, der hier oben auf The Promised Neverland liegt. Und das ist Mirrors und das ist von den Mangaka von The Promised Neverland. Und deswegen liegt der hier oben. Ach, der hat halt auch so ein blödes Format, sodass ich den leider Gottes nicht so in das Regal stellen kann, was ein bisschen blöd ist. Aber auf jeden Fall, ja, hat der einen Umschlag, wie man sieht. Das sieht auch ziemlich cool aus. Aber auf jeden Fall, ja, ich fand die Kurzgeschichten eigentlich ziemlich gut. Aber, das hatte ich schon mal in meinem Lesemonat gesagt, finde ich den Band dafür denn doch sehr, 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 sehr teuer. Denn hier geht es um verschiedenste Geschichten, die über die Marke Chanel handeln, beziehungsweise so Chanel inspiriert sind. Denn dieser Manga ist in Zusammenarbeit damit entstanden. Und hier geht es halt viel um Mode und darum zum Beispiel, wenn Jungs Röcke tragen und so. Also, auch um Düfte geht es hier von Chanel. Es ist ziemlich inspiriert davon, aber die einzelnen Geschichten sind wirklich sehr tiefgründig und richtig gut gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich meine, der Band kostet genau 18 Euro. Und dafür finde ich ihn halt wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Und 18 Euro sind für mich jetzt diese einzelnen Geschichten nicht wert, muss ich zugeben. Aber da ich The Promised Neverland liebe und auch die Manga davon richtig, richtig gut finde, gehört er meiner Sammlung. Und ich bin ganz froh, dass ich ihn habe. Weiter geht es mit dem Einzelband Monotone Blue. Und das ist mal ein Boys Love, den ich 2023 gelesen habe. Und dieser ist von der Manga-Karte, die auch Sui Aran gemacht hat. Und hier geht es ja so gesehen um tierartige Protagonisten. Und zwar ist unser Hauptprotagonist eine Katze, beziehungsweise ein Kater. Und dieser kann nur die Farben schwarz, weiß und blau sehen, wenn ich meine. Und in seine Klasse kommt eine Echse. Das ist dann dieser hier. Und dieser hat so gesehen einen blauen Schwanz. Das sieht man hier. Und das fasziniert unseren Protagonisten. Und ja, er ist dann relativ angetan von ihm. Und das ist eigentlich ziemlich süß, weil hier geht es auch sehr viel um Mobbing. Und ja, was unser Echsenprotagonist alles ertragen musste aufgrund seines Aussehens. Weil Echsenartige eher selten sind. Und dann auch wegen seiner Schwanzfarbe. Und ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Einzelband gewesen. Kann ich sehr empfehlen. Kommen wir zu dem Einzelband und dem Girls' Love. Destiny of the Mushrooms. Und ja, es war ganz niedlich. Aber ich muss sagen, hier war sehr, 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 sehr viel Text. Also auch ohne Zeichnungen. Und irgendwie fand ich die Geschichte dazu nicht interessant genug, um jetzt alle Hintergründe zu erfahren oder erfahren zu wollen. Denn hier geht es ja um eine Welt, wo es nur Frauen gibt. Und diese gehören einer Pilzspezies an. Und diese Pilzspezies haben so gesehen Aufgaben in der Welt. Manche sind Bürokraten. Andere sind Krieger. Andere sind Landwirte. Und jetzt ist es so, dass wenn sich zwei fortpflanzen wollen, beziehungsweise sich ineinander verlieben, muss man erst mal schauen, ob diese beiden kompatibel sind. Und unsere beiden Protagonistinnen sind es nicht. Das sieht man hier. Denn unsere eine Protagonistin hat eine sogenannte Fäulnis bekommen. Und das heißt dann, dass die beiden nicht kompatibel sind. Aber das ist unseren beiden Protagonistinnen egal. Denn sie wollen zusammenbleiben. Und das ist ganz süß. Aber ich muss sagen, also es ist nicht so meins gewesen, muss ich zugeben. Der Arzt da ist richtig cool. Ich fand auch das Konzept irgendwie interessant. Aber die Geschichte ist jetzt nicht so spannend gewesen, fand ich. Hier haben wir den Einzelband. Schau zu den Sternen. Blick nicht zurück. Und der hatte auch eine Schokokart, was mich damals sehr gewundert hatte, weil das sehr, sehr ernste Themen sind, die hier drinnen besprochen werden. Und ich muss zugeben, ich fand den ganz gut. Aber er hat sich halt so ein bisschen unfertig angefühlt. Und in dem gleichen Monat habe ich auch den Einzelband in den Schatten der Fabriken gelesen. Und den fand ich halt um Weitem besser. Deswegen hat der hier so ein bisschen abgestunken. Aber hier geht es halt um einen Jungen und ein Mädchen, welche, ja, privat sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben. Und dieses Mädchen sieht irgendwann den Jungen im Krankenzimmer weinen und hinterfragt das nicht wirklich. Aber die beiden tun sich so gesehen zusammen. Und er ist wirklich, ja, sehr emotional. Sehr ernste Themen finde ich auch super interessant. Aber er fühlt sich halt wirklich ein bisschen unfertig an. Ich glaube, mehrere Bände hätten der Geschichte wirklich besser getan. Da haben wir auch schon den Einzelband im Schatten der Fabriken. Und oh mein Gott, der war einfach so, so gut. Ich glaube, das war der beste Einzelband, den ich gelesen habe im Jahr 2023. Denn es ist auch eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Und das ist übrigens auch die Mangaka, die Perfect World gemacht hat. Und Perfect World ist ja auch eine super Reihe. Auf jeden Fall geht es hier um zwei Schüler, die sehr, sehr gut miteinander befreundet sind. Aber ja, auch mehr füreinander empfinden. Und eigentlich haben sie ja auch vor, sich dies zu gestehen. Doch es passiert etwas innerhalb der Familie, also zwischen den beiden Eltern, also zwischen dem Vater der Protagonistin und der Mutter des Protagonisten, was so ein bisschen, tja, Schwierigkeiten aufwirft und so gesehen Schuldgefühle bei einem der beiden hervorruft, so dass die auf Distanz gehen und ja, die Protagonistin so gesehen wegzieht und versucht, ja, Abstand zum Protagonisten zu gewinnen. Und diese treffen sich dann nach Jahren wieder und versuchen, das so gesehen aufzuarbeiten, was geschehen ist. Und wow, es ist so eine tolle Geschichte, so eine ernste Thematik, aber so gut umgesetzt. Wirklich ein richtig toller Einzelband. Kann ich sehr empfehlen. Richtig, richtig tolle Geschichte. So, und dann wurde eine ehemalige Reihe von Rumiko Takahashi zu einem Einzelband in Hardcover zusammengefasst. Und zwar ist die Rede von Mermaid Saga und hier muss ich das Cover so ein bisschen verdecken. So, auf jeden Fall, ja, geht es hier um mehrere Kurzgeschichten, die das Thema Meerjungfrauen hat. Hier haben wir einen Hauptprotagonisten, den wir begleiten. Und dieser hat vor langer, langer Zeit Meerjungfrauenfleisch gegessen und ist somit unsterblich geworden. Und er trifft dann auf eine Protagonistin, die das gleiche Schicksal ereilt hat. Und ja, beide leben so gesehen ihr unsterbliches Leben zusammen. Und es ist ziemlich krass. Es sind sehr, 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 sehr düstere Geschichten. Das hat ja Rumiko Takahashi auch manchmal an sich, dass sie sehr düstere Geschichten machen kann. Das sieht man unter anderem auch bei Inuyasha. Und das mag ich eigentlich sehr, sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, ich bin einfach nur von dieser Ausgabe sehr enttäuscht gewesen. Jetzt im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte die Einzelbände, weil ich sie doch sehr unpassend in dem Regal finde. Denn irgendwie mag ich dieses Hardcover-große Buch nicht so gerne. Und ich finde es schade, denn es sind keine Farbseiten hier drin. Und es hat nicht wirklich was Besonderes, außer dass es Hardcover ist. Und dafür, finde ich, ist es das Geld nicht wert. Und zwar kostet die Ausgabe 32 Euro. Und ist schon happig, muss ich sagen. Dann habe ich mir 2023 die Reihe Kuro geholt. Die ist in drei Bänden abgeschlossen. Und ich habe die mir bei Tauschticket komplett ertauscht. Und muss sagen, ich fand die Geschichte ganz süß. Aber sie hat mich jetzt nicht zu 100% gefesselt. Denn ich muss sagen, das Ende war für mich so ein bisschen, ja, nicht so eindeutig. Was mich manchmal nervt, wenn Enden so viel Interpretationsfreiraum lassen. Ich weiß auch nicht, da bin ich ein bisschen spezieller. Ich mag es, wenn man mir ein Ende ins Gesicht klatscht. Aber hier war es halt etwas offener, wie ich finde. Man kann es interpretieren, finde ich, wie man will. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ja, für drei Bände absolut in Ordnung. Ist relativ düster. Aber ja, ganz süß. Hier geht es um ein Mädchen, welches alleine in einem großen Haus lebt. Und wird begleitet von ihrer Katze, ihrem Kater Kuro. Der halt, ja, einem Dämonen ähnelt. Denn diese Welt wird so gesehen auch beherrscht von Dämonen. Und wenn man nicht auf den Wegen bleibt, dann kann es durchaus passieren, dass man von Dämonen gefressen wird. Und ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Setting. Ziemlich düster und spooky. Aber ich finde den Zeichenstil wirklich sehr, sehr schön. Und die Hälfte eines Bandes ist immer in Farbe und die andere Hälfte schwarz-weiß. Ich finde auf jeden Fall die Aufmachung wirklich sehr, sehr schön. Kommen wir zu Die Blumen des Bösen. Die habe ich auch 2023 abgeschlossen. Und ja, ich muss sagen, oh, hier ist noch so ein Autogramm oder Shikishi von Die Braut des Magiers. Okay. Ich muss sagen, mir liegt der Mangaka leider nicht so. Irgendwie war das aber auch mir schon klar, dass ich solche dramatischen Geschichten nicht so gerne mag. Beziehungsweise so in der Art, wie es hier ist. Denn hier geht es um unseren Protagonisten, welcher so gesehen das Sporthöschen seine Schwarms aus Versehen einsteckt. Und dabei wird er beobachtet von ihr hier. Und danach zu vielen verschiedenen Dingen gezwungen und erpresst. Und das ist alles ein bisschen abgedreht, wirklich sehr abgedreht. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Was ich sagen muss, ist, dass ich auf jeden Fall weiterlesen wollte. Und die Bände haben sich sehr gut durchlesen lassen. So ist es nicht. Aber ja, ich glaube, der Mangaka ist nicht so meins. Aber da er bei vielen ja gut ankommt, wird er auf jeden Fall was an sich haben. Und viele mögen ihn ja. Deswegen, da müsst ihr euch selbst ein Bild machen. Nichtsdestotrotz habe ich sie abgeschlossen. Und ich muss sagen, der Buchrücken ist richtig, richtig geil. Dann der beste Girls Love im Jahre 2023 war für mich Lebt wohl, mein Rosengarten. Da muss ich nicht ganz schön strecken, um ranzukommen. Auf jeden Fall fand ich die Geschichte richtig, richtig, richtig gut. Denn hier geht es um eine Protagonistin, die adelig ist und so gesehen das Familienerbe antreten soll. Und diese ist auch verlobt. Das ist die Blonde hier mit einem Mann. Und dann kommt ein Dienstmädchen in die Haus. Das ist sie hier. Und die kommt aus Japan. Und ja, unsere Protagonistin, also diese hier, bittet dann das Dienstmädchen darum, sie umzubringen. Denn unsere Protagonistin hat es nicht so leicht im Leben. Und was dahinter steckt, das muss man unbedingt nachlesen. Es ist eine super interessante Geschichte. Vor allen Dingen mit den Schwierigkeiten der damaligen Zeit, wenn man homosexuell ist, wird hier auch thematisiert. Es ist richtig, richtig spannend, richtig gut. Und ja, ich kann den Drei-Bänder wirklich sehr, sehr empfehlen. Richtig, richtig guter Girls-Love. Sehr, sehr schöne Geschichte. Weiter geht es mit Tokyo Girls. Die Reihe ist in neun Bänden abgeschlossen. Und hier habe ich den ersten Band in einem Manga-Laden gesehen. Der hatte noch die Matchme-Karten. Deswegen dachte ich mir, oh ja, gucke ich mir den mal an. Denn hier haben wir ältere Protagonistinnen, nämlich sind die 33. Und ja, hier geht es so ein bisschen darum, was die Protagonistinnen so ertragen müssen, wenn sie mit 33 noch ledig sind und ja, noch keine Familie gegründet haben. Und das ist ziemlich fies. Also ich muss sagen, die Reihe ist wirklich sehr, sehr fies gegenüber älteren Frauen. Und es ist sehr interessant, wie die ganzen Frauen mit ihren Problemen da zurechtkommen. Es ist ziemlich lustig gemacht, aber ich muss sagen, wenn man sehr auf viel Romance hofft, dann ist man hier so ein bisschen falsch. Denn ich muss sagen, von dem Ende habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, ich muss sagen, die Reihe war ganz solide, aber ist jetzt auch nicht mein Highlight gewesen, muss ich zugeben. Deswegen, ja, so im Mittelfeld, muss ich sagen. Dann habe ich noch Run the Peerless Beauty abgeschlossen. Und der ist in zehn Bänden abgeschlossen. Und ich fand den Shoujo wirklich sehr, 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 sehr süß. Hier geht es um unsere Protagonistin hier auf dem Cover, die wirklich sehr, sehr hübsch ist, sehr intelligent und von allen so ehrwürdig betrachtet wird und hat deswegen nicht wirklich viele Freunde in der Schule. Dann trifft sie auf unseren Protagonisten. Das ist dieser hier. Und der hat auch ein Geheimnis, nämlich, dass er im Blumenladen seiner Eltern arbeitet. Und das ist ihm so ein bisschen peinlich. Aber das muss es ihm gar nicht, denn unsere Protagonistin findet das nämlich sehr, sehr toll. Und die beiden, ja, verlieben sich ineinander. Und es geht so ein bisschen darum, wie die ihre Beziehung führen. Und das ist wirklich sehr, sehr süß. Ich muss sagen, der Shoujo hat so eine tolle Liebesgeschichte. Vor allen Dingen ist die so reif und erwachsen und respektvoll. Und ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Deswegen ein super, super, super schöner Shoujo. Weiter geht's mit Aiko und die Wölfe des Zwielichts. Der ist in drei Bänden abgeschlossen und von einer richtig tollen Mangaka, nämlich Shiori. Die macht richtig, richtig tolle Einzelbände. Und das ist mal so eine kleine Reihe von ihr gewesen. Und die hatte auch eine Schoko-Cut, was mich sehr, sehr gefreut hat. Auf jeden Fall fand ich die Geschichte ganz gut. Denn hier geht es um eine Protagonistin, die von ihrer Mutter so gesehen verlassen wurde. Und diese Mutter hat Schulden bei der Mafia gemacht. Und deswegen wird sie von Geldeintreibern gestalkt. Und nun zieht ein Junge neben ihr ein, der sie so ein bisschen davor schützt. Aber dieser hat ganz eigene Intentionen mit ihr. Und das ist ziemlich interessant. Hier gibt es auch ziemlich viele Plottwists. Was es da auch gibt, ist, dass die Protagonisten sich in Wölfe verwandeln können. Deswegen der Titel. Das ist so ein bisschen, denke ich, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber das gehört irgendwie zu der Reihe dazu. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde auch Mafia-Themen immer sehr interessant. Deswegen war ein sehr, sehr guter Dreibänder, muss ich zugeben. Ja, dann wurde eine der besten Reihen 2023 beendet. Und zwar Color of Happiness. Und oh mein Gott, war dieses Ende traurig. Ich sage es euch, es war so unglaublich traurig. Auf jeden Fall geht es hier um eine Protagonistin, die entführt wird von unserem Protagonisten. Das ist diese hier drauf. Und ja, dies hatte seine Gründe und die erfahren wir in der Reihe. Und es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Hier geht es um sehr ernste Themen. Hier geht es um Missbrauch und Gewalt. Und es ist wirklich eine so, so, so gute Geschichte mit einem so bitteren Ende. Und ich fand die Story von vorne bis hinten einfach nur großartig. Ich kann es empfehlen, wirklich. Es ist so unglaublich gut. Und ja, ein Highlight, wirklich eine Highlight-Reihe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Guckt sie euch auf jeden Fall mal an. So, dann wurde Orange so gesehen abgeschlossen. Denn hier kam noch ein siebter Zusatzband raus. Und der wurde spendiert mit einem wunderschönen Schuber. Den kann ich euch mal zeigen. Ja, und der sieht wirklich richtig, richtig toll aus, muss ich sagen. Aber ja, der siebte Band, weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen. Denn hier gibt es halt wirklich nur Zusatzgeschichten aus Alternativ-Universen. Und was wäre, wenn? Und ja, es ist ganz nett. Kann man machen. Aber die Hauptgeschichte ist auf jeden Fall viel, viel besser. Die Hauptgeschichte geht ja von Band 1 bis 5. Und 6 bis 7 sind so gewesen Zusatzbände. Und ja, hier geht es um eine Geschichte, wo es eine Freundesgruppe gibt. Und einer von dieser Freundesgruppe, ja, stirbt. Und der hatte leider Gottes sehr, sehr dunkle Geheimnisse, welche die Freundesgruppe erst später herausgefunden haben. Und eine der Protagonistinnen hatte so gesehen die Chance, nochmal an der Vergangenheit etwas zu verändern. Und das hat sie versucht in der Reihe. Und es ist ziemlich dramatisch, ziemlich traurig. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann haben wir hier den drei Bänder Iniale und Devila. Und das ist die Mangaka, die auch Atelier auf Widget zeichnet. Und ja, da punktet auf jeden Fall der Zeichenstil unglaublich. Denn der ist unglaublich schön. Wirklich, ich liebe den Zeichenstil der Mangaka. Und die Geschichte ist wirklich ganz süß. Allerdings hätte ich mir so ein bisschen Ernsthaftigkeit dahinter gewünscht. Denn hier ist wirklich sehr, sehr viel auf Comedy gemacht. Und ich muss zugeben, die einzelnen Geschichten hatten so viel Potenzial für Drama. Und ja, alles etwas ein bisschen trauriger. Aber hier wurde sehr, sehr vieles halt eher ins Lächerliche gezogen. Was ja auch der Sinn der Reihe ist. Denn hier geht es ja auch um Comedy. Denn hier geht es um unsere beiden Protagonistinnen Iniale und Devila. Iniale ist ein Engel. Devila ist ein Dämon. Und ja, diese beiden haben ein gemeinsames Hobby. Nämlich Shoppen gehen und Mode. Und hier kann es auch relativ schnell ausatmen, wenn die eine der anderen etwas wegkauft. Und dann gibt es epische Kämpfe. Und ja, darum geht es halt im Großen und Ganzen. Viele Kurzgeschichten, die so ein bisschen darüber handeln. Welche Hilfe man eher in Anspruch nimmt. Die eines Engels oder die eines Dämon. Und ja, wie gesagt, der Zeichenstil ist unglaublich schön. Aber ich weiß nicht. Diese Geschichten sind ganz nett. Wenn man auf reines Comedy steht, ist das wirklich was. Aber ich muss sagen, es hatte mehr Potenzial, fand ich. Dann habe ich Chocolate Vampire abgeschlossen. Und die Reihe wurde in 18 Bänden beendet. Und das ist auch die gleiche Manga-Ka, die Miyako und der Popone Fächer gemacht hat. Und da mir Miyako ja so gut gefallen hat, dachte ich, ja komm, probier mal noch eine Reihe von der aus. Allerdings muss ich sagen, Chocolate Vampire war, ja, was Besonderes. Denn hier geht es um zwei Protagonisten, die einen, ja, etwas größeren Altersunterschied haben. Denn unser Protagonist geht noch, ich meine, in die Grundschule. Und unsere Protagonisten schon auf die Oberschule. Und ja, es ist ein bisschen cringe, muss ich zugeben. Man weiß, dass die Manga-Ka eher auf jüngere Männer steht. Aber so jung brauche ich dann auch nicht wirklich. Auf jeden Fall, ja, geht es hier um eine Schule, wo es Vampire gibt. Und normale Schüler, es erinnert so ein bisschen, ganz, ganz bisschen an Vampire Knight. Und unsere beiden Protagonisten haben so gesehen. Eine gemeinsame Vergangenheit. Allerdings muss ich sagen, ich finde die Geschichte sehr, sehr wirr. Und der rote Faden ist überhaupt nicht vorhanden. Ähm, ja, sie ging relativ gut durchzulesen. Der Zeichen-Ziel ist natürlich wunderschön von der Manga-Ka. Allerdings, ja, die Geschichte ist echt nicht so gut. Muss ich zugeben, das ist wirklich eine sehr schwache Geschichte von ihr. Trotzdem habe ich sie beendet. Deswegen kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren, weil ich fand, die Bände grundsätzlich ging gut durchzulesen. Aber, ja, es gibt bessere Geschichten von ihr. Beziehungsweise Miyako ist besser, finde ich. Weiter geht's mit dem Shoujo im Liebesfieber. Und der ist in drei Bänden abgeschlossen. Und von der Manga-Ka Marina Umesawa. Und ich mochte die vorigen Reihen von ihr wirklich sehr, sehr gerne. Einen Kuss rein, Herzens und Herzenwünsche fand ich richtig, richtig süß. Ähm, im Liebesfieber fand ich auch jetzt nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, so der dritte Band war halt so super unnötig irgendwie. Der war so, hat sich wirklich rangeklatscht gefühlt. Und, ja, das fand ich so ein bisschen blöd. Ähm, hier geht es um eine Schülerin, ähm, ja, die so gesehen mit dem letzten Geld ihrer Mutter es schafft, die Oberschule zu besuchen. Ähm, doch irgendwann ist dies nicht mehr so wirklich leistbar. Und sie muss in die Abendschule gehen. Denn in der Abendschule können die Kinder vormittags arbeiten. Und so gesehen die Schulgebühren auch aufbringen. Und, ähm, dort lernt sie dann den Protagonisten kennen. Und, ja, die verlieben sich eigentlich relativ schnell. Und, ja, dann geht es so ein bisschen um deren Beziehung. Und deren, äh, Leben in dieser Abendschule. Es ist ganz süß, wirklich. So die ersten zwei Bände fand ich richtig toll. Aber der dritte, weiß ich nicht, hätte halt nicht sein müssen, muss ich zugeben. Dann kam hier endlich Fruits Basket Another raus. Und das ist ja so gesehen die Nachfolgereihe von Fruits Basket. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es zu wenig, ähm, Story von den alten Charakteren gab. Beziehungsweise sah man die halt wirklich kaum. Und das hätte ich mir halt so ein bisschen gewünscht, dass man Toru sieht, dass man Kyo sieht. Aber man sieht halt nur deren Kinder, was auch sehr interessant ist. Aber hier auch das Gleiche. Hier hat sich die Geschichte wirklich sehr unfertig angefühlt. Ich finde, die Reihe hätte viel, viel mehr Bände vertragen können. Denn, ähm, hier werden sehr ernste Themen angesprochen. Denn hier haben wir jetzt eine Protagonistin, die ein sehr schweres Familienverhältnis hat. Beziehungsweise ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Und, ähm, da ja zumindest in der vorigen Reihe in Fruits Basket die, ähm, Leute aus den Tierkreiszeichen auch schlechte Familienverhältnisse hatten, dachte ich, dass das hier auch mehr thematisiert wird. Doch, äh, ja, wurde es leider nicht so. Beziehungsweise der einzige Lösungsweg war hier, ja, halte es aus. Wenn du ausgezogen bist, wird es besser. Und ich finde nicht, dass das die beste Lösung ist, wenn es zu toxisch ist. Und, ähm, ja, das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann gab es ja zum Schluss auch immer so Zusatzgeschichten. Allerdings waren die dann halt nur von, ähm, drei Charakteren aus der Hauptstory. Und das hat auch ein bisschen mich traurig gemacht. Nichtsdestotrotz war die Geschichte wirklich nicht schlecht. Hätte mir nur ein paar mehr Bände gewünscht, muss ich zugeben. Dann wurde noch Prince Never Give Up abgeschlossen. Und zwar wurde der in zwölf Bänden beendet. Und, oh, ich liebe diesen Shoujo einfach. Ich finde den so süß. Hier geht es um unsere Protagonistin, die ja so gesehen aus der Mittelschicht kommt, aus normalen Familienverhältnissen. Und sie hat so gesehen die Chance, an einer renommierten Schule zu lernen. Und dort gehen nur Reiche hin. Und dort gibt es den, ähm, oberreichen Protagonisten. Das ist dieser hier. Und, ähm, ja, der wird von allen angehimmelt. Und, äh, dieser, ja, verliebt sich auf den ersten Blick in die Protagonistin. Und, ähm, ja, versucht alles, um ihr Herz zu gewinnen. Und das ist einfach so putzig. Hier ist auch sehr, 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 sehr viel Komödie, weil die Leute um den Prinzen, die wollen natürlich nicht, dass das passiert. Und die versuchen mit relativ komischen Wegen das zu verhindern. Und, ja, ach, unser Protagonist ist einfach so süß. Er ist überhaupt nicht aufdringlich, sondern so Gentleman-like. Und versucht, ähm, ja, das Herz der Protagonistin zu gewinnen. Und es ist einfach so süß. Also, diese Geschichte ist richtig, richtig toll. Ich vergleiche sie gerne mit Oran High School Host Club. Und, ja, wirklich ein sehr, sehr, sehr süßer Shoujo. Ich finde, zwölf Bände waren perfekt für die Reihe. Und, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann habe ich mir die Reihe Snow White und Alice gekauft. Und zwar komplett gebraucht. Und habe sie auch in einem Rutsch fast durchgelesen, weil ich sie so unglaublich gut fand. Die Reihe ist schon etwas älter und bei Egmont erschienen. Und auch in, äh, zehn Bänden abgeschlossen. Und, oh, ich fand das so gut. Das hat mich an so viele alte Manga erinnert, die ich früher gelesen habe. Und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Denn hier haben wir so ein relativ, ja, märchenartiges Setting. Denn hier geht es um unsere Protagonistin Schneewittchen, die so gesehen aus ihrer Welt gezogen wird und in die Welt von Alice geworfen wird. Und zwar in die Spiegellande. Und unser Protagonist ist dann Alice. Und das ist, äh, dieser hier, hier sieht man das. Und, ähm, ja, der soll eigentlich König sein von den Spiegellanden. Allerdings, äh, liefert er sich schon seit Jahren einen Kampf mit dem Roten König. Und so gesehen wechselt sich eigentlich die Periode immer ab. Nur jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und Alice versuchte alles, um wieder König zu werden. Und, äh, Schneewittchens Aufgabe ist es, ihn zum König zu machen. Denn dann darf sie wieder zurück in ihre eigene Welt. Und das ist ziemlich interessant. Vor allen Dingen ist hier alles so, ja, so charmant gemacht. Auch so viel Comedy, was ich richtig gerne mag in der Reihe. Denn hier gibt es zum Beispiel auch die sieben Zwerge, die super witzig gemacht sind. Und ich fand die Geschichte wirklich so, so toll. Ich liebe diese abgedrehte Welt und diese Charaktere, diesen, ähm, ja, diese Outfits. Ich muss sagen, der Artstyle war für mich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil ich ihn dann doch sehr krakelig finde. Ist das eine gute Beschreibung dafür? Also ich finde ihn manchmal schwer zu deuten und Sachen schwer zu erkennen. Aber nichtsdestotrotz, die Story ist einfach so gut. Ich meine, die Reihe ist leider vergriffen. Aber ich glaube, Komplettangebote kriegt man noch sehr, sehr gut. Und wenn ihr mal eins seht, holt euch die Reihe. Sie ist es definitiv wert. Ich fand sie richtig, richtig toll und habe sie super schnell durchgelesen. So, und dann kommen wir zu dem besten Zweibänder aus 2023. Und das ist definitiv Someday I'll Fall Asleep. Oh mein Gott, fand ich diesen Zweibänder gut. Der war einfach richtig, richtig toll. Denn hier geht es um eine Protagonistin, die gestorben ist. Und sie ist jetzt gerade in der Zwischenwelt zwischen dem Jenseits und dem Leben. Und dort ist es ihre Aufgabe, mit Lasten abzuschließen. Und dort hat sie mehrere, die sie bewältigen muss. Beziehungsweise muss sie zum Beispiel ihre Liebe eingestehen. Dann mit ihrer Großmutter sprechen. Und manche Sachen sind sehr, 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 sehr schwer zu überwinden. Und dort hat sie dann einen Seelenfühler. Seelenführer. Und das ist dieser hier, den man hier sieht. Und der ist auch ziemlich, ziemlich cool. Denn in dieser Zwischenwelt gibt es auch böse Geister, die die Protagonistin angreift. Denn das sind meistens Menschen, die es nicht geschafft haben, ihre Lasten zu beseitigen. Und diese verwandeln sich dann in böse Geister und werden dann eigentlich von den Seelenführern getötet. Und es ist einfach so gut. Eine so, 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 so tolle Story. Und das Ende hat es wirklich in sich. Hatte auch nochmal, ja, ein relativ unerwartetes Ende. Und ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. Weiter geht es mit Hatsuharu. Die Reihe ist in 13 Bänden abgeschlossen. Das ist ein richtig, richtig schöner Shoujo. Hier wird die Liebesgeschichte aus der Sicht des Jungen erzählt. Und zwar ist dieser in seine Klassenkameradin verliebt. Oder beziehungsweise hat sich verliebt. Denn eigentlich ist er ein Playboy und lässt nichts anbrennen. Doch irgendwie begeistert ihn die Protagonistin total. Doch diese ist eigentlich in jemand anderen verliebt. Und so versucht er trotzdem ihr Herz zu gewinnen. Und das ist wirklich sweet. Ich muss sagen, ich vergleiche sie gerne mit Rainbow Days. Dagegen ist sie nicht so stark. Aber nichtsdestotrotz, wirklich ein sehr, sehr süßer Shoujo. Ich habe ihn wirklich sehr gerne gelesen. Mochte halt die ganzen Geschichten. Denn hier gibt es mehrere Liebesgeschichten. Und die sind wirklich sehr, sehr süß. Und der Protagonist gibt halt wirklich alles. Und man fiebert mit ihm mit. Ein sehr, sehr süßer, klassischer Shoujo. Auch viele Klischees bedient er zwar. Aber ich mochte ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, kann ihn empfehlen. Ja, dann ging endlich, endlich, endlich Karneval zu Ende. Und zwar in 28 Bänden. Und diese Reihe läuft einfach schon Ewigkeiten bei Egmont. Und die war eigentlich auch schon Ewigkeiten in Japan abgeschlossen. Aber sie wurde in Deutschland halt eher seltener rausgebracht. Was sehr schade ist, da ich hier absolut den Faden verloren habe. Und die Reihe ist dann doch relativ komplex. So, dass ich das Ende jetzt halt nicht zu 100% fühlen konnte. Was ein bisschen schade ist. Denn ja, hier geht es um eine Organisation, die Zirkus heißt. Und diese hat die Aufgabe, ja, so gesehen eine andere Organisation zu stoppen, die so Gene verändert und Leute infiziert, die dann irgendwie Kräfte entwickeln. Seht ihr, ich kriege es schon gar nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall haben wir dann hier unseren Protagonisten Gariki und Nye. Und Nye ist dieser hier. Und der hat auch nochmal besondere Kräfte. Und der wird dann von Gariki so gesehen gerettet. Und diese beiden treten dann Zirkus bei. Und dort gibt es dann ganz viele unterschiedliche Charaktere. Und diese bestreiten dann mehrere Abenteuer. So ist es ganz grob zusammengefasst. Ich liebe einfach, ja, den Style dieser Reihe, der so ein bisschen auch so Alice in Wonderland Style hat. Und ich finde die echt gut. Ich mochte auch diese Reihe so, so gerne. Ich finde es so schade, dass ich dieses Ende halt nicht so richtig verstehen konnte. Weil es halt echt lange Abstände war. Und ich muss diese Reihe unbedingt nochmal komplett lesen. Ich finde, sie ist einfach wert. Und ich fände auch den Anime dazu wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich will definitiv hiervon Reread machen. Unbedingt. Dann kommen wir zu der Reihe The Gender of Mona Lisa. Die ist in acht Bänden abgeschlossen. Und hat zwei Zusatzbände. Und zwar X und Y. Und diese hatten auch noch so ein cooles Extra dabei. Und hier kippt immer alles um. Auf jeden Fall ist das eine Reihe, für die ihr mal abgestimmt habt. Und ich versuche, das sieht gerade ein bisschen brutaler aus, als es ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich fand die Reihe wirklich richtig, richtig gut. Denn hier haben wir einen Protagonisten, der geschlechtslos ist. Und ich sage jetzt einfach mal, der, weil es mir schwerfällt, das irgendwie neutral zu bezeichnen. Deswegen vergebt mir da. Auf jeden Fall hat dieser noch kein Geschlecht. Und in der Welt ist es so, dass die Kinder kein Geschlecht haben und sich dann, ja, so gesehen, irgendwann für ein Geschlecht entscheiden. Beziehungsweise dann eins, ja, annehmen auch automatisch, wo sie sich mehr hingezogen fühlen. Und normalerweise passiert das so bis zum zwölften Lebensjahr. Doch unser Protagonist ist bereits, ich meine, 16 und ist immer noch geschlechtslos. Und, ja, dieser hat auch zwei gute Freunde, einmal ein Junge und ein Mädchen. Und beide sind so gesehen in den Protagonisten verliebt und möchten natürlich, dass dieser das jeweils andere Geschlecht annimmt. Beziehungsweise der Junge möchte, dass er ein Mädchen wird und das Mädchen möchte, dass er ein Junge wird. Und, ja, darum geht es so ein bisschen zu der Suche nach sich selber oder auf die Suche nach sich selber von unserem Protagonisten. Und, ja, um natürlich das Gender-Thema und was ist typisch Mann, was ist typisch Frau, ist ziemlich gut gemacht. Ich mag auch sehr, sehr gerne, dass es in dieser Reihe diese, ja, Farbakzente gibt, die ja immer so türkis sind. Hier sieht man das so ein bisschen, die Aura und so. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und die beiden Zusatzbände finde ich auch sehr toll, weil das Ende lässt so ein bisschen Raum für Interpretation. Was ich grundsätzlich bei der Frage auch nicht verkehrt finde. Doch wir haben hier Gott sei Dank zwei Zusatzbände bekommen. Und zwar einmal, was wäre, wenn der Protagonist sich dafür entschieden hat, eine Frau zu sein? Und was wäre, wenn er sich dazu entschieden hat, ein Mann zu sein? Und das ist sehr, sehr gut. Wirklich, ich fand die Reihe echt richtig toll, richtig rund. Und ein sehr, sehr interessantes Thema, kann ich total empfehlen. Ja, auch zum Gender-Thema haben wir hier männlich, weiblich, unbeschreiblich. Der ist in zwei Wänden abgeschlossen. Und den fand ich leider nicht ganz so gut wie Gender of Mona Lisa, weil hier ist das Ende offen. Und ich weiß ja, dass die Frage dahinter nicht so wichtig ist. Aber ich hätte es irgendwie gerne gewusst. Denn hier geht es darum, dass unser Protagonist auf jemanden trifft. Und zwar dieser, diese hier. Und denkt, dass derjenige ein Mädchen ist. Doch hundertprozentig weiß er es nicht, weil auch männliche Züge so gesehen vorhanden sind. Und er traut sich nicht zu fragen, weil es ja komisch ist, dass man es nicht weiß von Anfang an. Und ich muss sagen, ich finde es schon wichtig für eine Beziehung, das klarzustellen und klarzuklären. Aber das wurde hier halt nicht getan, sondern erst am Ende des Bandes. Und ja, das Ende ist halt offen. Man erfährt nicht, was der Gegenüber war. Das mag ich nicht so gerne. Aber grundsätzlich ist es immer ein interessantes Thema, das Gendern. Aber ich mochte es lieber bei The Gender of Mona Lisa als jetzt hier in dem Zweibänder. Ja, dann ging Biestas zu Ende. Und ich muss sagen, die Reihe war bei mir irgendwie ein Auf und Ab. Ich finde sie richtig, richtig gut. Ich finde die Thematik super interessant. Denn hier geht es um eine Welt, die aus Fleischfressern und Pflanzenfressern besteht. Und eigentlich soll es in dieser Welt darum gehen, dass die beiden sich verstehen. Doch dies klappt nicht immer. Denn manche Fleischfresser, ja, fressen Pflanzenfresser. Und dies ist eigentlich in der Welt verboten. Doch es gibt nichtsdestotrotz solche Vorfälle, wo ein Fleischfresser einen Pflanzenfresser frisst. Mann, was ein Zungenbrecher. Auf jeden Fall geht es so ein bisschen um diese Thematik. Und unser Protagonist Legoshi ist ein Grauwolf. Und den treffen wir zuerst an in der Schule, in die er geht. Und er ist den Pflanzenfressern eigentlich sehr zugetan und möchte sich gerne mit den anfreunden. Doch dann passiert etwas. Und zwar läuft eines Tages eine Hesel vor ihm weg. Und sein Jagdinstinkt wird geweckt. Und er hatte das Bedürfnis gehabt, sie tatsächlich zu fressen. Und das verwirrt ihn sehr. Und ja, so gesehen verliebt er sich in diese Heseln. Was ja, ziemlich skurril ist. Denn ja, das sieht man nicht so oft auch in unserer Natur nicht. Und es ist sehr, sehr interessant, wie diese Welt aufgebaut ist. Denn ja, es gibt sehr, sehr viele Kämpfe. Und die Frage, können diese beiden überhaupt zusammenleben? Ist es überhaupt natürlich, Fleischfressern zu verbieten? Kein Fleisch zu fressen? Und ja, wirklich eine sehr, sehr interessante Reihe. Ich muss sagen, das Ende war mir ein bisschen zu stumpf. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber das ist leider häufig so bei einer Reihe, die einen so lange begleitet. Und nichtsdestotrotz mag ich. Ich biete das wirklich sehr, sehr gerne. Ist eine super empfehlenswerte Reihe. Und ja, mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut lesen. Weiter geht's mit Soulmate. Und das ist ein chinesischer Webtoon von Paper Tunes. Und der ist in drei Bänden abgeschlossen. Und ja, hier geht es um zwei Frauen, die eigentlich schon zusammengekommen sind. Doch in der Zukunft der Frauen hat eine der beiden eine Krankheit, die ja relativ großen Einfluss auf deren Leben hat. Und eine der Protagonistinnen hat die Chance, in die Vergangenheit zu reisen und etwas zu verändern. Und diese Chance ergreift sie. Und so gesehen lernen sich die beiden nochmal aufs Neue kennen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Aber es ist so, dass die Zukunftsprotagonistin in die Vergangenheit reist und die Vergangenheitsprotagonistin in die Zukunft. Und da gibt es natürlich einige Probleme. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Girls Love wirklich sehr, sehr süß. Hier geht es auch, ja, auch wieder um die Probleme, wenn zwei Frauen zusammenkommen. Gerade auch in China, was ziemlich interessant ist. Und ja, ich mochte den Webtoon wirklich sehr, sehr gerne und kann ihn empfehlen. Dann kommen wir zu einem meiner liebsten Reihen. Und zwar Requiem of the Rose King. Die ist in 17 Bänden abgeschlossen und ich dachte, dass sie schon länger abgeschlossen ist. Aber nein, ich habe sie letztes Jahr erst beendet. Und ja, die Reihe ist unglaublich gut. Hier geht es so gesehen um den Kampf der Krone in England. Und unserem Protagonist Richard steht hier im Fokus. Denn dieser ist in ein großes Haus geboren worden. Und ja, leider wurde er so gesehen ohne Geschlecht geboren. Beziehungsweise mit beiden Geschlechtsmerkmalen, was ja durchaus möglich ist. Doch in deren Welt gilt das als Zeichen des Teufels. Und seine Mutter kommt damit nur sehr, sehr, sehr schwer klar. Und auch verschiedene Augenfarben hat unser Protagonist, was auch nicht so gut ankommt in der Bevölkerung. Doch sein Vater liebt ihn wirklich über alles. Und er hat auch noch zwei ältere Brüder. Und hier geht es sehr, sehr viel um Intrigen, wie es so üblich ist in den Königshäusern und den Adelshäusern. Und ja, jeder hat so gesehen seinen Anspruch auf die Krone. Und es passiert dann irgendwann, dass Richards Vater getötet wird. Und natürlich wollen die Söhne Rache. Und auch Richard möchte, dass sein Haus wieder an die Krone kommt und tut alles dafür. Und er lernt allerdings noch einen anderen Mann kennen. Und zwar ist das dieser hier. Und das ist Henry. Und dieser ist momentan der eigentliche König von England. Und das wirft ziemlich viele Probleme auf, wie man sich vorstellen kann. Auf jeden Fall ist die Reihe wirklich sehr, sehr gut. Mit super vielen Intrigen und so viel unerwarteten Ereignissen. Es ist wirklich bitter und man fiebert mit mit den Protagonisten. Und ja, man wird selber vor der Frage gestellt, ob man gut oder schlecht ist. Weil man möchte eigentlich, dass Richard alles bekommt, was er sich wünscht. Aber ob er wirklich immer die richtigen Entscheidungen trifft, das lässt sich anzweifeln. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr, sehr gut. Denn Richard ist ein Protagonist oder eine Protagonistin. Also er identifiziert sich ja eher als Mann, der auch Fehler macht. Und es ist sehr, sehr interessant, auch einen Protagonisten zu haben, der sowohl Mann als auch Frau ist. Super coole Geschichte. Kann ich sehr, sehr empfehlen. So, da unten komme ich ein bisschen schwerer mit meiner Kamera hin. Aber es geht noch. Auf jeden Fall haben wir da The Killer Insight stehen. Und die wurde 2023 auch abgeschlossen in elf Wänden. Und das ist einfach ein so, so cooler Thriller. Denn hier haben wir einen Protagonisten, der der Sohn eines Serienkillers ist. Und dieser hat häufiger, ja, Tage, wo er sich nicht dran erinnern kann und so gesehen Blackouts hat. Und in diesen Tagen ist ein anderer, ein anderer alter Ego so gesehen an der Macht. Und es geschehen in der Zeit, wo er Blackouts hat, Morde. Und jetzt ist die Frage, ob er damit etwas zu tun hat. Und ja, es ist sehr, sehr interessant. Boah, das Ende ist auch richtig, richtig gut. Also ich kann die Reihe total empfehlen. Richtig guter Thriller, aber natürlich auch nicht zu schwachen Nerven. Trotzdem eine sehr, 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 sehr gute Reihe. Dann wurde Demon Slayer beendet. Und oh mein Gott, die Reihe ist einfach großartig. Hier haben wir auch drei wunderschöne Schuhe bekommen, wo ich euch den ersten Mal zeigen kann. Auf jeden Fall, ja, jeder wird wissen, dass Demon Slayer echt gut ist. Weil ich denke, jeder hat zumindest mal davon gehört. Und ja, ich fand das Ende sehr, sehr krass. Fand die Kämpfe unglaublich gut. Und ja, die Reihe ist summa, summa rum einfach großartig. Hier geht es um unseren Protagonisten Tanjiro, der eigentlich ein glückliches Familienleben führt. Mit seinen Geschwistern, seiner Mutter und geht eines Tages runter ins Dorf, um dort einen, ich meine, Arzt zu suchen oder irgendwas zu verkaufen. Ich glaube, irgendwas zu verkaufen war es. Und er kehrt dann zurück und seine, oder beziehungsweise fast seine ganze Familie wurde von einem Dämon getötet. Und seine Schwester wurde infiziert, sodass sie selber zu einem Dämon wird. Und diese gilt es jetzt für Tanjiro zu retten. Und er würde alles dafür tun, um seine Schwester zurückzuverwandeln. Und dort gibt es denn einen Dämon in dieser Welt, der als einziger nur Menschen zu Dämonen machen kann. Und diesen gilt es zu finden und zu besiegen. Und Tanjiro schließt sich dann den Demon Slayern an und bekämpft die Dämonen. Eine sehr, sehr gute Reihe. Kann ich absolut empfehlen. Dann wurde Fire Force abgeschlossen und zwar in 34 Bänden. Und diese Reihe habe ich erst lieben gelernt, als ich den Anime gesehen habe. Denn ich muss zugeben, als ich den Manga gelesen habe, hatte ich nicht so richtig die Verbindung dazu. Beziehungsweise hatte Tokio Pop eine längere Pause gemacht im Erscheinungsrhythmus. Und ich bin einfach absolut rausgekommen. Aber auf jeden Fall fand ich die Reihe richtig toll. Und das Ende fand ich so gut, da diese Reihe auch so gesehen eine Verbindung zu Sul Ita hat. Und ich liebe Sul Ita. Ich liebe einfach den Mangaka, was ja auch derselbe ist wie von Sul Ita. Und ja, hier geht es um unseren Protagonisten, der eigentlich auch ein relativ schönes Familienleben hat, bis es passiert, dass seine Mutter sich in ein Flammenwesen verwandelt. Denn in dieser Welt ist es so, dass Menschen so gesehen sich selbst entzünden können und dann zu Flammenwesen werden. Und dafür, oder beziehungsweise dagegen, gibt es dann die Feuerwehr, die diese bekämpfen. Und auch so gesehen Nonnen, die ein Gebet für diese Feuerwesen sprechen. Und diese Welt ist wirklich etwas Besonderes. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und das ist einfach sehr, sehr gut, weil hier gilt es rauszufinden, ja, warum diese Menschen sich selbst entzünden, seit wann das so ist. Und hier gibt es auch eine Prophezeiung. Und hier ist sehr, sehr vieles auch religiös gestaltet, was ich sehr, sehr interessant finde. Und auch die ganzen Charaktere sind richtig, richtig toll. Die Kämpfe sind mega. Aber die Kämpfe kommen tatsächlich im Anime ein bisschen besser rüber als jetzt im Manga. Und ja, das Ende war einfach großartig. Ich liebe diese Reihe wirklich richtig, richtig, richtig toll. Dann, weil ich die Reihe so liebe, habe ich mir auch nochmal die Neuauflage von Sul Ita gekauft. Und der einzige Grund ist einfach das tolle Rückenbild. Und weil ich sie liebe. Also, die Reihe hat nicht mal Farbseiten und ich habe sie mir trotzdem gekauft. Aber ich habe sie einfach nochmal komplett gelesen. Und ja, oh mein Gott, ich liebe sie einfach. Das Ende fand ich so toll. Aber ich muss sagen, ich wusste nicht, dass das Ende, ja, ein offenes Ende war. Ich habe das irgendwie verdrängt. Aber auf jeden Fall fand ich es so toll, diese Reihe nochmal zu lesen. Und sie ist großartig. Oh Gott, ich liebe es. Hier geht es um eine Welt, wo es Waffenmeister und Waffen gibt. Und diese Waffenmeister müssen Seelen von Dämonen sammeln. Aber hier geht es noch um so viel mehr. Oh mein Gott, diese Welt ist so großartig. Lest die Reihe mal, sie ist einfach toll. So, und dann als letztes eine Reihe, die leider auch wieder im untersten Regal ist, wo es ein bisschen schwierig ist zu filmen. Haben wir Hell's Paradise. Und das ist auch eine Reihe, für die ihr abgestimmt habt. Und die ist in 13 Wänden abgeschlossen. Und boah, die war richtig, richtig, richtig gut. Hier geht es um unseren Protagonisten Gabi Maru, der zum Tode verurteilt wurde. Und dieser kann nicht wirklich sterben, beziehungsweise keiner kann ihn wirklich töten. Und der bekommt so gesehen eine zweite Chance. Hier haben wir auch immer Ausklaupostern in den Wänden drin. Und muss so gesehen mit anderen Gefangenen auf eine Insel gehen, um dort ein Lebenselixier zu suchen. Und diese Insel lässt eigentlich niemanden leben zurück. Und diese Gefängnisinsassen oder Häftlinge werden begleitet von Samouraien. Und seine Begleiterin ist dann sie hier oder hier. Und ja, die sollen so gesehen als Team fungieren und versuchen, dieses Unsterblichkeitsserum zu finden. Und ja, diese Insel ist so cool. Oh mein Gott. Die ist relativ religiös und hat viele Religionen vereint. Aber es ist so interessant, denn hier haben wir noch so gesehen die gegnerischen Wesen. Und das sind unsterbliche Götter, gegen die man eigentlich kaum kämpfen kann, weil die so unendlich stark sind. Und es ist einfach eine so coole Reihe. Boah, kann ich absolut empfehlen. Richtig cool. So, das war's mit meinem Manga-Sammlungsupdate. Und ich muss sagen, ich war sehr fleißig im Abschließen. Und ich habe auch ein paar Einzelbände gehabt. Ich wünschte, es wären mehr gewesen. Irgendwie bin ich nicht so der Einzelbandleser, aber kann ja noch werden. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was ich 2024 alles abschließen werde. Und schreibt mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare, was für Reihen ihr euch 2023 komplett gekauft habt und auch komplett gelesen habt. Das finde ich immer sehr interessant. Bei mir war es ja Snow White & Alice, wo ich eine komplette Reihe gekauft habe und sie, ja, in einem Rutsch weggelesen habe, was sehr cool war. Aber auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr das noch nicht getan habt, natürlich auch über ein Abo. Aber am meisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.